Ja, ja, meine Damen und Herren, schauen Sie her, oder besser, hören Sie her. Ich bin's. Das heißt offengesagt, ich war's. So habe ich etwa vor 30 Jahren einmal den Pajazza-Prolog gesungen. Insgesamt, glaube ich, stand ich fast 100 Mal als Tonio draußen auf der Bühne. Noch mit 70 Jahren habe ich ihn ja als Gast an der Stuttgarter Oper gesungen. Mein Gott, und jetzt ist mir 75, und ich sing immer noch. Es ist schade, meine Damen und Herren, dass keine Tonaufnahmen von meinem damaligen Gastspiel vorhanden sind. Ich hätte Ihnen ganz gern jetzt zum Vergleich meinen damaligen Tonio vorgeführt. Nun, so müssen Sie sich eben mit einer älteren Aufnahme zufrieden geben, die ich einmal bei der Grammophon gesungen habe. Vielleicht ist Ihnen überhaupt der jüngere Scheidel lieber als der, nein, also sagen wir, als der Ältere. Ich habe damals schon den Pajazza-Prolog sehr gern gesungen. Nicht nur, weil es eine solche Bravour-Arie ist, sondern auch, weil sich in ihr die ganze Tragik unseres Komödiantenschicksals widerspielt. Nun ja, das Spiel nimmt den Anfang. Es hat bei manchen schon Abende gegeben, an denen er singen und spielen musste, obwohl ihm gar nicht danach zumute war. Bei mir waren sie glücklicherweise selten. Wohl mein schwerster Abend war im Februar 1919 in Stuttgart. Es war Sonntag und ich hatte abends in der Wahlchöre den Wotan zu singen. Um 16 Uhr erhielt ich aus Wien ein Telegramm, dass mein liebes Mutterl gestorben sei. Um 18 Uhr sollte die Vorstellung beginnen. Es war für mich kein Ersatz zu finden und ich musste singen. Ich vermag es ihnen nicht zu schildern, wie mir zumute war, als ich Wotans Abschied leb wohl, du kühnes, herrliches Kind gesungen habe. Ansonsten muss ich, wenn ich ehrlich sein will, sagen, ich war im Großen und Ganzen unberufen toi, 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 ein bisserl, ein Glückskind. Sieben Kinder sind wir gewesen. Zwei Mädel und fünf Buben. Ich war der Jüngste und ich entwickelte mich zu einem richtigen Otterkringerlaus-Bum. Mit 14 Jahren fing ich erst richtig zu wachsen an. Was heißt wachsen? Ich schoss empor. Alle drei bis vier Wochen war ich aus einem Anzug hinaus geschossen. Und mit 21 Jahren maß ich vom Scheirrl bis zur Sohle 1,96 Meter. Sie sehen, es war mir also schon früh gelungen, hochzukommen. Nun also, mit 21 war ich wohlbestallter Medizinaldrogist im größten Medizinaldrogen-Großhaus Wiens und nebenbei, oder was vielleicht hauptsächlich, Schwimmer, Turner, Leichtathlet. Und als solcher sogar mal österreichischer Olympiateilnehmer im Jahr 1906 in Athen. Wenn ich eine wirklich unbeschwerte Kindheit und eine schöne Jugendzeit haben durfte, so verdanke ich das zum allergrößten Teil meiner unvergesslichen Mutter. Ihr zu ehren möchte ich jetzt wenigstens den Refrain von dem alten Wienerlied singen, das allen Müttern Wiens gilt. Mein Mutterl war eine Wienerin. Merkwürdig, dass man, wenn man älter wird, wieder zu Liedern zurückkehrt, die man ganz früh einmal gesungen hat. Ich habe schon ganz früh gesungen, bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit. Ob es schön war, weiß ich nicht. Jedenfalls war es aber laut, und meine Mutter behauptete steif und fest, ich sei musikalisch. Ohne jemandem etwas zu sagen, Hellinge, also, meldete ich mich zum Vorsingen bei der Wiener Volksstopper, und siehe da, man vertraute mir gleich den Herrufer im Lohengrin an. Bei der einzigen Probe, die ich hatte, sagte mir ein eiliger Inspezient, da kommen sie raus, da stehen sie nur hin und da gingen sie ab. Und tat wie gesagt. Und danach war es auch. Ich hatte den Lohengrin noch nie gesehen, sang mehr schlecht als recht und erhielt den Rat, noch ein bisserl weiter zu studieren. Alles Gute, junger Herr, pführt ihn ja gut. Draußen war ich. Unter einer Gaslaterne schaute ich nach, ob mein Honorar auch stimmte. Ich öffnete das Kuvert. Ja, es war ein Goldstück drin. Ich schüttelte es in meine Hand und da, hast du es nicht gesehen, rollte es hinunter und verschwand im Kanalgitter. Servus, aus was. Mein erster Theaterverdienst schwamm im Kanal der schönen blauen Donau zu. Na, die Sache mit dem Goldstück wäre ja nun eigentlich ein Grund gewesen, aufzuhören mit Unterricht und mit Theater. Aber so war ich den auch wieder nicht gebaut. Kurz und gut, als ich fertig war mit dem Studium, sang ich einem Agenten und dann dem Herrn Direktor selber vor und wurde 1, 2, 3 an das Stadttheater in Ulmitz engagiert. Nichts gegen Ulmitz. Es war damals ein Städtchen mit ganzen 20.000 Einwohnern und Abend für Abend war das hübsche Theater voll. Und gearbeitet haben wir. Und etwa für die 20.000 Leute, da konnte ein Stück nicht lang am Spielplan bleiben. Zwei, drei Aufführungen und schon war es abgespielt. Der Graf Luna war die erste Partie in Ulmitz. Ich habe sie später noch oft gesungen, so an die 50 Mal. Ein paar Mal übrigens für Schallplatten. Auch das bekannte der Z. Wilde Eifersucht im Herzen. Hier habe ich eine Platte. Aber bitteschön, halten Sie ein bisschen die Ohren zu. Die Aufnahme ist noch akustisch gemacht worden, so um 1920 herum, als noch ein heftiger Kampf der Sänger um den Platz vor dem Trüchteren brannte. Der, der direkt hineinsang, klang am besten. Wer weiter weg war, kam wie aus der Versenkung oder aus der Gießkanne. Bitteschön, ein Stickerl aus dem Derzett. Ganz so hat es natürlich in Ulmitz nicht geklungen. Und trotzdem habe ich der kleinen Stadt und ihrem theaterfreudigen Publikum viel zu danken. Ulmitz eignete sich herrlich, den Anfänger vom Scheidel abzustreifen. Ein Jahr später, 1912, war ich in Augsburg. Da kam eines Tages oberisches Jahr Hofrat Gerhäuser vom Hoftheater in Stuttgart, um sich unseren Sarastro in der Zauberflöte anzuhören. Ich sang den Sprecher eine kleine, aber schöne Rolle. In der Pause erwartete der Sarastro den Herrn Hofrat, aber schau, schau, der Herr Hofrat betrat nicht die Garderobe des Sarastros, sondern die des Sprechers, bat ihn, ihm etwas vorzusingen. Und so zog ich also nun in Stuttgart ein als königlicher Hofoppernsänger. Hervorragende Kräfte waren am Werk. Da war der Baron von Butlitz, der Intendant, dann Max von Schillings, der Generalmusikdirektor. Und da war ein Solistenensemble schöner und schönster Stimmen. Und da war auch ein gewisses überaus nettes, schwarzhalliges Schwabenmädel, allgemeins Hauserle genannt. Und in deren schwarze, sehr liebe Augele habe ich mich verguckt, für meinen Lebtag verguckt. Ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was mir so besonders an ihr gefallen hat. Was ihr Gesicht, was ihr Stimmen, was das ganze außenrum. Auf jeden Fall, ehe wir uns versahen, waren wir, nachdem die Erlaubnis zur Heirat durch ein offizielles Dekret erteilt worden war, auch schon verheiratet. Und ich habe das bis zur Stunde nicht bereut. Ein lieber Kollege, der im Spaß immer von sich gesagt haben soll, Gange da weg, dass meine Stimmen platz hat, sagte damals. Da kommt so ein langer Kerle daher und schon existiert fürs Hauserle kein Mensch mehr. Oh ja, schön war diese Stuttgarter Zeit. Überall hat Harmonie geherrscht, zu Hause, in der Stadt und am Theater. Ach ja, was einem da so alles einfällt, wenn man an die Stuttgarter Zeit denkt. Da war einmal eine Festvorstellung, irgendwo außerhalb, ich weiß nicht mehr wo, von Tristan und Isolde vor hohen Herrschaften und Offizieren. Wir spielten in glänzender Besetzung, Schielings dirigierte, die Wildbrun, die Onyegin, Ritter, Helgers, meine Wenigkeit und so weiter, sangen. In der großen Pause erkundigte sich Baron Putlitz, unser Intendant in der Ehrenloge, ob die Mitwirkenden gefielen. Da erhob sich eine der Exzellensten, rückte das Monokel zurecht und schnarrte, ist ja fabelhaft, was diese zwei Weiber für Arme haben. Ja, in der Zeit hat übrigens oft bei uns in Stuttgart Leo Sleysack gastiert, der berühmte Tenor der Wiener Staatsoper. In Tannhäuser sollte ich zum ersten Mal mit ihm singen. Ich war damals schlank wie eine Pinie, der Herr Kammerzinger aber war schon, na, sag mal, ein bisschen moldert. Als er zur Probe kam, stürzte er auf mich zu. Stell dich ja nicht so nah zu mir her, du langerer Lulatsch, du verschangelst mir sonst meine ganze schöne Figur. Aber gesungen hat er wundervoll. Und da wir gerade ein Stück von Wagner aufklingen ließen, möchte ich Ihnen gerne ein wenig von Bayreuth erzählen. Eines Tages hat mich nämlich Siegfried Wanger in Stuttgart auf der Bühne gesehen und mich danach eingeladen, an den Festspielen in Bayreuth mitzuwirken. Und so war ich 1914 und von 1924 bis 1930 Jahr für Jahr dort am Fortas oder Kurvenal. Alles, was ich bis 1914 am Proben erlebt hatte, war nichts gegenüber Bayreuth. Cosima Wagners Ausspruch stand als ungeschriebenes Gesetz über allem. Im Ausdruck liegt die Kraft nicht in der Stärke eines Tones. Ihr Sohn Siegfried, dieser liebenswürdige Mensch und große Künstler machte uns die Proben zur Freude. Immer hatte er ein freundliches, ermunterndes Wort bereit. Fast möchte ich sagen, Dr. Karl Muck, der berühmte Dirigent, war gefürchteter als der Sohn Richard Wagners. Als ich die erste Orchesterprobe mit ihm hatte und als am Fortas auf der Bahre auf die Bühne getragen wurde, glaubte ich mit meiner Sache sicher. Schließlich hatte ich den am Fortas schon an die 50 Mal an anderen Bühnen gesungen. Ich fing an. Recht so, hab Dank, ein wenig Rast. Aber schon klopfte Muck ab und rief, Sieh, der am Fortas ist zwar krank, aber nicht so krank, dass er nicht rhythmisch singen kann. Was hatte ich denn gemacht? Die Viertelpause zwischen Recht und So hatte ich ein winziges Bisserl zu kurz gehalten. Es ging aber dann besser, als nach diesem Präludium zu erwarten waren. Und Dr. Muck, der mit seinen Autogrammen sehr sparsam umging, schenkte mir sein Bild mit Erwidmung dem vorbildlichen Amfortas des Bayreuther Parsifal in dankbarer Erinnerung. Im Jahre 1929 wurde mir eine besondere Ehrung zuteil. Ich wurde gebeten, Frau Cosima Wagner im Hause Warnfried Lieder von List und Schubert vorzusingen. Cosima Wagner war damals über 90 Jahre alt. Als ich den Raum betrat, saß sie bereits auf der Empore, verdeckt von einem Wandschirm. Es hatte etwas Beklemmendes und doch überaus Feierliches in diesem Raum zu singen vor einer Zuhörerin, die nicht zu sehen war. Und was für eine Zuhörerin! Ihr hohes Alter allein gab es schon etwas Mythisches. Und der Hintergrund, aus dem sie als Tochter Lists hervorgetreten war, um ein so reiches Leben an der Seite Richard Wagners zu führen, hätte jeden und nicht am wenigsten einen Sänger mit Ehrfurcht erfüllt. Da saß sie hinter dem gestickten Wandschirm in dem Raum, in dem jedes Bild, jeder Leuchter, kurz alles an den Totenmeister gemahnte. Endlich fasste ich mich und begann zu singen. Es war eines der gewünschten Lieder von Lists, das ich kürzlich übrigens auch im Rundfunk als Aufnahme gesungen habe. O komm im Traum! Cosima Wagner starb am 1. April 1930 und ihr Sohn Siegfried, der Erbe der Bayreuther Tradition, folgte ihr fünf Monate später im Tode nach. Geblieben aber ist auch nach Siegfried Wagners früh im Ableben das Genie Richard Wagners, das über alle menschlichen und künstlerischen Wandlungen triumphiert. Im Jahre 1921 wurde mir ein Engagement an die Berliner Staatsoper angetragen. Das war ein Gejage von Probe zu Probe, von Vorstellung zu Vorstellung und doch waren diese Jahre mit die schönsten meines Lebens. Ich erklomm meinen Gipfel. Da waren neue Dirigenten, die ich noch nicht kannte, Richard Strauss, Hans Pfitzner, Bruno Walter, Leo Blech, Wilhelm Furtwenger, Clemens Kraus. Da waren jedes Jahr interessante Ur- und Erstaufführungen. 56 verschiedene Opern hatte ich in Berlin neu zu studieren und zu singen. Glänzende Inszenierungen waren dies, aber auch aufwühlende Premieren mit herrlichen Partien. Da war unter vielen anderen das Herz von Pfitzner, das sehr selten gegebene Liebesverbot von Richard Wagner und eine Welturaufführung von Christoph Kolumbus von dem Franzosen Milot. Da war auch der Boris Godenhoff, den ich schon in Stuttgart als erster Deutscher gesungen hatte. Bei meinem Treppensturz am Ende der Oper sind die Zuschauer immer entsetzt zusammengefahren. Als trainierter Sportler konnte ich einen solchen Sturz riskieren. Und da war der Francesco in der Mona Lisa von Max von Schillings. Leider habe ich hier von Francesco keine Platte. Ja, und da war der Philipp in Don Carlos, der Scarpe in Tosca, der Mephisto, der Hans Sachs. Und dann war da der fliegende Holländer. 85 Mal stand ich mit ihm draußen. Eine herrliche Partie. Ach, da waren so viele herrliche Partien, dass man gar nicht mehr alle wissen kann. Und wenn ich Ihnen alle auch nur ein bisschen vorspielen könnte, würden wir heute in acht Tagen noch zusammensitzen. Denn da waren ja auch noch zahlreiche Konzertabende mit Balladen, Arien, Liedern. Aber so schön die Zeit in Berlin auch war, sie nahm wie alles im Leben ein Ende. 1937 siedelten wir nach München über. Gastspiele und Konzertreisen führten mich abermals in alle großen deutschen Städte, ja in viele Hauptstädte Europas. Daneben unterrichtete ich an der Münchner Staatlichen Hochschule für Musik und nun ist endlich der langjährige Wunsch meiner Frau in Erfüllung gegangen und wir sind in ihre Heimat, ins schwäbische Land zurückgekehrt. Und heute, es ist ja für alle so schwer in dieser Zeit, jeder hat seine Sorgen, seine Nöte, auch ich. Und doch bin ich glücklich, dass ich immer noch singen und meinen Mitmenschen, wie ich hoffe, ein wenig Freude damit machen kann, sei es im Theater, oder im Konzertsaal. Wenn ich nochmals auf die Welt käme und ich würde von unserem Herrgut abermals mit einer schönen Stimme gesegnen, ich würde wieder Sänger. Ja, und nun heißt es leider, mich von Ihnen, liebe Hörer, zu verabschieden und Ihnen auf Wiederhören zu sagen. Ja, ja, mein...